Hallo zusammen! Ich bin wieder hier und freue mich riesig. Ich bin Cindy Steiner, Herrlisberg Süd. Ich habe mal richtig Lust auf einen feinen Burger. Schauen wir mal, was es heute gibt. Hey, so cool! Der aktuelle Special Burger ist mit Brie, Röstsiebeln und Cranberry. Das klingt mega fein. Den bestelle ich mir gerade. Der ist wirklich super! Den müsst ihr unbedingt probieren. Kommen wir doch noch bis Ende April im Cindy's vorbei.